Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Monster Hunter Stories. Ja, das letzte Mal sind wir zum Rider geworden. Wir... Achso, ja stimmt. Genau, mit der dreht man die Kamera. Ich dachte gerade, wieso rotiert denn die Kamera so? Ja, das letzte Mal sind wir zum Rider geworden. Wir haben unsere ersten paar Aufträge bekommen und haben auch schon unseren ersten neuen Freund bekommen. Natürlich neben Blue, dem Voliocidrom, haben wir jetzt auch noch das Abtonov. Direkt am Schluss bekommen. Und ja, jetzt sollen wir uns bei Omna melden, beim Ältesten. Denn der gibt uns dann die nächste Hauptquest. Und wir haben noch jede Menge Quests zu erledigen, beziehungsweise natürlich auch noch jede Menge Quests abzugeben. Zumindest ein paar davon. Das werden wir natürlich dann auch gleich noch machen, denn wir brauchen dringend die Level, weil, ja, als wir den ersten Monsterbau betreten haben, hatten wir unseren Kampf gegen unser erstes großes Monster. Und zwar den Velocidrom, der ziemlich fies war, muss man sagen. Und ich glaube, was ich so gesehen habe, ähm, beziehungsweise muss ich sagen, ich habe mal ganz kurz bei jemand anders reingeschaut und ich glaube, ich hatte ziemlich viel Pech, was das anging. Also einerseits Glück, andererseits Pech, weil dadurch habe ich jetzt auch die Quest gleich geschafft. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte ziemlich, ja, ziemlich viel Pech, was das angeht, vom Schwierig, vom Schwierigkeitsgrad her. Da, äh, ich bei jemand anders, wie gesagt, reingeschaut habe und dort standen aber bloß drei Bufangos rum in der ganzen Höhle. Und ich hatte halt gleich ein Velocidrom mit zwei Velocipraise im Anmarsch. Ähm, ja. War nicht ganz so einfach, wir haben es ja aber trotzdem geschafft. Äh, ich habe sehr viel über das Spiel dazugelernt, äh, als ich mir zugeschaut habe. Äh, ihr habt mir auch jede Menge Tipps gegeben. Da auch nochmal ein großes, großes Dankeschön dafür. Ähm, größtenteils die Tipps, äh, zu dem Doppelangriff, dass der tatsächlich effektiv sein muss. Also, dass einer von uns beiden den, äh, die Konfrontation gewinnen muss und der anderen halt den gleichen Angriff machen muss, klar. Und dadurch aktiviert sich dann der Doppelangriff. Ist ein bisschen schlecht, äh, geschrieben im Spiel, finde ich. Aber jetzt habe ich es auch verstanden und das sollte die ganze Sache sehr viel leichter machen, zum Doppelangriff zu kommen. Äh, wenn denn mein, äh, mein Blue will. Und, äh, ja. Also, allgemein letztes Mal vielleicht ein bisschen viel Pech beim RNG gehabt. Auch was, äh, unseren Blue gerade eben angeht, dass halt die ersten fünf Runden das Einschüchtern gespammt hat oder so, war halt auch nicht das Beste. Aber, wie gesagt, wir haben es geschafft. Ich hätte mich auf jeden Fall besser anstellen können. Ich habe auch da viel dazugelernt. Grundlegend, dass wenn eine Konfrontation zwischen mir und einem Monster besteht, das natürlich sehr viel Schaden macht, dass ich definitiv das angreifen sollte, um auch Schaden zu vermeiden. Das ist halt das, äh, das Sprichwort Angriff ist die beste Verteidigung. Ist in dem Spiel ja tatsächlich gar nicht mal so falsch. Da man den Schaden ja sehr reduziert, wenn man eine Konfrontation gewinnt. Das heißt, äh, die, die fast schon beste Möglichkeit, oder neben den Blocken, dann später wahrscheinlich, ist, äh, das, ähm, Gewinn der Konfrontation eigentlich schon die beste Verteidigung und die beste Möglichkeit, Schaden zu verhindern. Und das werde ich in Zukunft wohl auch so machen. Äh, ja, schauen wir mal, wenn wir unser nächstes großes Monster sehen. Wir haben ja draußen schon Kutku gefunden. Den will ich jetzt aber nicht direkt angreifen. Dafür werden wir auf jeden Fall mal ein paar Quests abschließen. Weil, ich glaube, ein Kutku jetzt wäre Selbstmord. Gehe ich irgendwie mal dafür so aus. So, was ist los, Omna? Ach, jetzt muss man wieder in Reimen reden. Oh, Dragon, Messer scharf. An Rider sein, bist du schon angepasst. Brav. Scharf, brav? Das reimt sich überhaupt nicht, Omna. Wow. Die Zeit ist reif, dir traurige Nachrichten zu bringen. Danach ist er nicht mehr nach Singen. Ich rede vom schwarzen Pesthauch, der ewige Nacht nun verbreitet. Hier auch. Also, die Reime heute, ne, er muss sich auch noch so ein bisschen einreimen. Man merkt, dass er auch schon wie eine Weile draußen ist, weil die Reime gerade eben, naja, sie lassen zu wünschen übrig. Ja, ich weiß, was, äh, was das schwarze Zeug, ähm, ich weiß, das war das schwarze Zeug, das über dem ganzen Nagakuga verteilt war. Du hast es erfasst. Es ist so traurig. Es plagt uns so lange. Einfach schaurig. Das Pesthauch-Ziel ist, alles anzustecken. Es befällt Monster an allen Ecken. W-was genau ist es? Es ist ein natürliches Phänomen, doch es ist gar nicht gern gesehen. Es kommt und geht wie eine Brise und wirft uns immer in eine Krise. Diesmal bin ich aber voller Schrecken. Der Pesthauch hört nicht auf, sich auszustrecken. Hört nicht auf, sich auszustrecken? Ewiges Dunkel, endlose Nacht. Das Ende der Welt wird schon bedacht. W-was? Noch ist es nicht vorbei, jammert nicht. Sieh doch die Hoffnung in meinem Gesicht. Ja, ein sehr hoffnungsvolles Gesicht. Der Bindungsstein, er hat die Macht, zu beenden des Pesthauchs. Ewige Nacht. Doch erst muss der Bindungsstein in deinem Besitz sich füllen mit Kraft, stärker noch als ein Blitz. Wo war der jetzt, der Reim? Besitz, Blitz. Okay, da fehlt dann aber das Komma. In deinem Besitz oder Strichpunkt an sich, um anzuzeigen, dass es ein... Das Ende des Reimes theoretisch ist. Okay. Ich dachte gerade so, was in diesem Satz reimt sich mit Blitz? Wenn man den Reim erst suchen muss, dann ist es kein guter Reim. Und nicht gut geschrieben. Um das zu erreichen, musst du jetzt eine Bindung mit einem Monsti schaffen, die nicht leicht zerfetzt. Jetzt zerfetzt. Ja, nee. Längere Sätze zu reimen. Er hat immer einen Reim drin. Aber das ist, wie gesagt, gerade eben nicht schön geschrieben. Weil ich jedes Mal erst mal den Reim suchen muss. Aber es ist halt auch schwierig. Da hätte man vielleicht Dan nehmen sollen oder irgendwie noch einen anderen Charakter, weil er ist ganz witzig, wenn er in Reimen redet. Aber ein Charakter, der die Story beibringt, ist verdammt schwierig, in Reimen zu schreiben. Das hätte man, finde ich, nicht tun sollen. Weil er halt entweder zu lange braucht, um alles zu reimen. Das heißt, des Reimens wegen würde er länger brauchen. Oder, so wie jetzt, sind seine Reime halt unsauber. Und das macht den Charakter gerade so ein bisschen kaputt, finde ich. Deswegen, es hätte vielleicht nochmal jemand anderes geben sollen, der das uns so beibringt. Weil das gerade eben ist ein bisschen blöd. Ich meine, ich mag Omnaya und ich mag auch die Idee, dass er reimt. Aber wie gesagt, ihn halt jetzt so als Plotpunkt zu nehmen, ist sehr schwierig. Diese Bindung wird tiefer und mit jeder Stunde. Die Kraft des Bindungssteins wächst mit jeder Runde. Auch ich werde auf den Pesttauch achten. Kein Grund also, euch in Panik zu verfrachten. Sollte etwas Neues geschehen, sende ich euch Kunst, schnell wie des Windes wehen. Nun, meine Kinder, deine Schulung, äh, mein Kind, deine Schulung, sie wartet. Drum geh nun zum Dorftor, wo sie sogleich startet. Okay, was für eine Schulung. What? Ich dachte, ich wäre schon ein Rider. Was für eine Schulung muss ich denn jetzt absolvieren? Ich muss Quests abschließen. Ich muss stärker werden. Wir müssen das nächste Mal dem Velocidrom sowas von auf die Fresse hauen, wenn wir ihm begegnen. Übrigens, das wurde auch geschrieben, ähm, und das habe ich auch gesehen im Video, man erkennt ein Velocidrom. Es ist tatsächlich ein Velocidrom. Das war halt bloß so blöd, ähm, ich habe das Vieh nicht kommen sehen. Es kam so blöd von der Seite an und ich habe da nicht wirklich drauf geachtet. Ich war fast schon, ich war zu überrascht von dem Angriff, äh, als dass ich gesehen hätte, dass es ein Velocidrom ist. Aber in der Aufnahme habe ich es dann auch gesehen. Also sie unterscheiden sich schon und das ist sehr gut, weil jedes Mal Panik zu haben, dass vielleicht ein Velocidrom dabei sein könnte, wäre ein bisschen uncool. Na gut denn, was gibt's? Bist du mit deiner Unterhaltung mit dem Ältesten fertig? Dann zurück an die Arbeit! Als nächstes musst du fünf Tränke erlangen. Ah. Sie in den Läden kaufen? Das wäre eine Frechheit. Da würdest du deine Lektion nicht lernen. Nein, nein, nein. Du wirst alles über das Kombinieren lernen, Kind. Ah, ich dachte schon, es gibt kein Kombinieren hier. Und wenn wir dabei sind, über das Kombinieren zu reden, müssen wir auch über Rezepte reden. Ach so, wenn wir dabei sind, über das Kombinieren zu reden. Ja, okay. Ist da das Komma sinnvoll? Wenn wir dabei sind, über das Kombinieren zu reden. Nee. Das Komma ist falsch, oder? Ist vielleicht aus dem Englischen noch übernommen, aber ich glaube, das Komma ist falsch. Weil ansonsten ist es genau so, wie ich es gerade eben gesagt habe. Und wenn wir dabei sind, über das Kombinieren zu reden, müssen wir ja über Rezepte reden. Und das macht keinen Sinn. Äh, gut, egal. Ich mach mich hier über die Grammatik, äh, oder ich beschäftige mich hier mehr mit der Grammatik als mit dem Spiel. Meine Güte. Hier ist das Rezept für Tränke. Geh und besorge die Materialien, die wir dafür benötigen werden. Wenn du Materialien hast, wähle Kombinieren im Campmenü. Du wirst jedes Objekt, das du für ein Rezept hast, herstellen können. Nice, Einfängerset. Meine erste Kombo. Dein Rider Trading hat gerade erst begonnen. Heutige Lektion kombinieren für Anfänger. Wähle kombinieren vom Campmenü und stelle fünf Tränke her. Tränke werden aus blauen Pilzen und Kräutern gebraut. Hast du nicht genug? Hol mir ein. Wird gemacht. Kombinieren. Wähle kombinieren im Campmenü, um verschiedene Objekte zu vermischen und um etwas Neues zu erschaffen. Bevor ein Kombo-Objekt hergestellt werden kann, brauchst du ein Kombo-Rezept. Dieses kannst du durch Abschließen von Nebenquests erhalten. Ah. Mehr Möglichkeiten, Sachen aus Nebenquests zu bekommen. Okay. Was willst du denn jetzt, gell? Dan? Fünf Tränke. Hörst du? Gib Bescheid, sobald du fertig kombiniert hast. Kombiniere ein Kraut und ein Blaupilz. meinen Trank herzustellen, Kind. Wenn dir die nötigen Materialien fehlen, suche ihn in den Pondelhügeln. Ich finde es aber so schön, wie das Kind noch eingehauen hat. Ja, ich bin ein Kind. Ist gut. Okay. Kombinieren. Na, also. Trank Rohfleisch. Sushi-Rezept. Ah, rohes Fleisch und Reiskäfer. Nice. Da war man in der Verwendung für den Reiskäfer. Proteineiches Monster mal. Hilft der Monster, hier ein wenig zu wachsen. Was ist dieses Wachstum? Das ist ja auch Wachstum normal. Haben wir bisher auch noch nicht rausgefunden. Na gut, Trank. Wir haben definitiv genügend. Stellt 100 TP eines Gruppenmitglieds wieder her. Na gut, das ist noch ein bisschen früh. Aber wir stellen mal fünf Tränke her. Oh, Menge. Ach, das ist ja cool. Okay. Ja, fünf. Sehr schön. Damit haben wir die nächste Hauptquest abgeschlossen. Das war nicht schwer. Können nicht jede Hauptquest so einfach sein. Ne, dann wäre es ja langweilig. damn. Oh, super. Du hast fünf Tränke. Gute Arbeit, Kind. Nun bist du einen Schritt näher dran, ein erstklässiger Rider zu sein. Yay. Ich habe sehr viel gelernt heute. Vergiss nicht, deine hergestellten Tränke in deinen Kampfbeutel zu packen. Das ist eine grundlegende Sache für einen Rider. Na schön. Das hier wird dein letzter Test sein. Der Älteste wird dir die Aufgabe selbst geben. Also, zieh los. Sobald du diese Prüfung bestanden hast, bist du fertig und ein echter Rider. Wie gesagt, ich dachte, ich wäre ein echter Rider, als ich meinen Bindungsstein bekommen habe. So, das ist aber eine gute Sache, der Kampfbeutel. Kampfbeutel bearbeiten, weil da haben wir bloß Kraut drin. Würde ich natürlich ganz gerne noch einen Trank reinhauen. Ach, fünf von zehn. Okay, wir können zehn Tränke haben. Lebenspulver, Medizin aus zerriebenen Kräutern. Stell 50 TP für die gesamte Gruppe wieder her. Das ist natürlich auch sehr cool. Packe ich auch einfach mal rein. Schadet ja nicht. Hier schadet es ja definitiv nicht. Blutiges Steak. Leichtgegrilltes Fleisch. Stell dem Kampf 80 TP wieder her. Oh, okay. Samen erhöht Verteidigung für einen Gruppenmitglied für eine Runde. Ach, das ist so blöd. Medizin erhöht Verteidigung eines Gruppenmitglieds für drei Runden. Schade, ich dachte für immer. Gibt 50% die Chance, nächste Runde einen kritischen Treffer auszuteilen. Aha. Sprengsatz explodiert mit einem grellen Licht kann feine Blendung zusetzen. Winziges, mickriges Stück Geroll fügt einen Punkt Schaden zu. Yay. Fügt 15 Punkte Schaden zu. Das ist gar nicht mal schlecht, muss man sagen. Was waren die Alorblätter? Besänftiges Graut kann Verbrennung. Ah ja, bitte. Verbrennung ist eigentlich auch nie verkehrt und solange ich ja noch Platz habe in meinem Kampfbeutel, kann ich da mal solche Sachen reinpacken. Äh, ja. Vor allem wenn wir uns dann irgendwann gegen eine Kutku prügeln, wird Verbrennung bestimmt eine fiese Sache sein. Na gut, gehen wir wieder zu Omna. Das waren wir ja schon lange nicht mehr. Und holen uns unsere letzte Prüfung ab. Junge Ryder, es ist nun an der Zeit. Das Gebot der Ryder liegt für dich bereit. Aus dem Dorf, da darf niemand gehen. Das muss selbst der beste Ryder einsehen. Warte, was? Warum? Aber es gibt so viele tolle Sachen da draußen. So ist es, da Menschen anderswo davor nichts halten. Das ist leider so. Andere Völker, sie würden wohl stöhnen, wüssten sie vom Leben, den wir hier frönen. Seit alten Zeiten leben wir Kiefer an Wange mit unseren Monsties, so ganz ohne Bange. Doch gibt es jene, die wir erschrecken, drum müssen wir uns Weisen verstecken, unsere Weisen verstecken. Von vielen Meilen abgeschottet, sorgen wir dafür, dass der Ryder Lebensstil nicht verrottet. Hat das Dorf niemals verlassen, das ist eine ziemlich anstrengende und eine ziemlich strengende Regel. Meine Meinung, deine Meinung sagst du sehr offen, solche freche Fällen habe ich selten getroffen. Regel ist Regel und Gebot ist Gebot, sei bloß kein Pflegel, doch immer devot. Also, Dragon, ist dir das klar, geh nicht so weit weg und bleib immer nah. Doch kannst du es deutlich vom Tor aus erspähen, so steht es dir frei, nur dorthin zu gehen. Als dein Lehrmeister sage ich dir, geh in den Wald, traue mir. Seit kurzem wird der Waldeingang mit Bedacht von einem enormen Azuras bewacht. Der Azuras, das bärtige Tier, bärige Tier, ich dachte gerade, wo zur Hölle hat er einen Bart? Das bärige Tier zerstört gerne den Waldweg hier. Der Wald ist nun verbotenes Gebiet, bis er sich zu seinem Bau zurückverzieht. Doch gibt es bisher nicht das kleinste Anzeichen, dass er endlich bald wird nach Hause ausweichen. Drum geh nun und gebt ihm mal einen Schubs, damit er nach Hause sich aufmacht und schwupps. Uns vom bärigen Übel zu befreien, wird ein Test deine Fähigkeiten sein. Durch ihn hast du die erste Tätigkeit als Rider, als richtiger Rider. Nun geh ihr an die Arbeit. Tätigkeit Arbeit. Okay. Das war auch wieder kein Reim. Gut, wir sollen einen Azuras jagen. Blaubeerenjagd. Gut, das ist ein Äs, ansonsten wäre es sehr viel leichter. Du hast endlich eine wichtige Mission vom ältesten Omna erhalten. Der Ort Säuselwald. Du freust dich über deine erste Mission. Dich einem wütenden Azuras, bekannt als der Vielfraß zu stellen. Stelle dich und brich auf zu deiner Mission. Wieso ist die Storybeschreibung, dass ich mich darüber freue? Das ist nicht sachlich. Das ist, hm, na gut, okay. Also, ich muss mich freuen, weil das ist die, das ist die Story dahinter. Ich freue mich definitiv auch, aber ich muss definitiv ein bisschen trainieren, weil Azuras wird bestimmt fies. Wenn wir schon arge Probleme gegen Velozidrom hatten, dann wird ein Azuras, ich meine, das ist, ich sag mal, eine Stufe weiter oben, wird dann aber trotzdem uns ziemlich umhauen. So, der besorgte Rider, der wollte letztes Mal ein Pflanzenfresser-Ei sehen und hat uns verdammt viel dafür gegeben. Diesmal will er bestimmt was anderes haben. Ah, warum sind die Eier so hübsch? Es beunruhigt mich, dass ich sie bewundere. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass ich nicht genügend Eier habe. Bring mir bitte ein Reißzahn-Bästchen-Ei. Ich kann nicht vorher sonst, äh, ich kann mich vorher nicht, äh, sonst nicht entspannen. Das macht mich so unruhig. Okay, zeig dem Klienten ein Reißzahn-Bästchen-Ei. Anregendes Rezept. Okay. Das klingt komisch, aber nehmen wir. Im Gegenzug gebe ich dir dieses Kombo-Buch. Anregen der Rezepte. Du findest darin auch Futter von Monsties, Drachennudeln und extra frisches Sushi. Okay. Was auch immer Drachennudeln sind. Ähm, haben wir hier eigentlich irgendwas beim Schmied? Kaufen, verbessern. Können wir irgendwas verbessern? Meine Rider-Rüstung? Plus zwei Punkte. Achso. Ja, ich verstehe. Im Besitz zwei. Ich habe jedes Mal bloß zwei im Besitz. Ja, würde gerade so reichen. Aber ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Erz raushauen will. Was bringt denn das? Ähm. Erhöht die Verteidigung halt auf 14. Ist die Frage. Oder ob ich mir nicht doch irgendwas herstellen will? Waffen kaufen? Ne, Quatsch. Eigentlich Rüstung kaufen. Ich bleibe aber beim Großschwert. Die hätte halt zwölf Verteidigung, aber Geschwindigkeit abwehr. Das ist eigentlich so mies, dass wie gesagt halt die nächste Rüstung gleich eigentlich so viel besser ist. Aber ich will die nicht haben. Sie sieht, sie ist zwar besser, aber ja, sie sieht nicht so gut aus. Also ich glaube nicht, dass wir das unbedingt brauchen. Deswegen verbessern wir mal unsere. Unsere Waffe könnten wir auch verbessern. Was braucht die? Ja, okay, zehn Punkte. Das können wir eh vergessen. Dann halt die Rider-Rüstung. Ja. Zwei davon. Ja. Hä? Ja, ja, aber ich bin ja noch nicht fertig. Ja, ist schön. So, danke. Ja, genau, und 750 Zenny. Perfekt. Da Imo Hermitauer? Okay, krass. Rider-Rüstung auf Stufe 2 verbessert. Nice. Gibt das denn irgendwas? Oh, Verteidigung 28. Ja gut, es gibt also schon einiges. Ähm. Du machst dann einfach auch nochmal deutlich mehr Schaden. Okay, gut. Lassen wir das erstmal so. Ich dachte jetzt vielleicht, dass wir uns schon eine Velozidrom-Rüstung machen können, weil wir den ja schon platt gemacht haben. Aber scheinbar nicht. Na gut, wir haben die Quest geholt. Können wir irgendeine Quest von den Leuten abschließen? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich weiß, dass wir eine Eisenerz-Quest haben. Aber, naja, die haben wir jetzt gerade auch so ein bisschen, also nicht, dass wir nicht genügend, also wir hatten ja auch nicht genügend Eisenerz. Aber, jetzt haben wir uns sofort schon dann natürlich auch wieder komplett gekillt. Ja, wir haben auf jeden Fall ein, zwei Quests am Questbrett. Auch die Velozidrom- haben wir die schon abgegeben oder nicht? Normale Nebenquests. Äh, einreichen. Blaue Bedrohung. Genau. Ja. Und Abtor bekommt sogar Erfahrungspunkte. Das ist richtig gut. Weil dann, das war richtig gut, dass wir die erst jetzt abgegeben haben. Weil es levelt halt Abtor sowas von gut auf. Weil er halt gleich die ganzen Erfahrungspunkte bekommt. Nice. Wie er gleich Stufe 4 ist. Wow, okay, beinahe. Sprengsatz explodiert mit dichter Rauchwolke für die Flucht von normalen Kämpfen. Oh, nice. Nehme ich. Okay, die ist fertig. Was heißt das jetzt? Möchte ich fest annehmen? Nee. Achso, das heißt aber bloß, dass sie fertig ist. Wobei, wieso nicht? Ich meine, wie Lucie Price werden wir immer mal wieder begegnen. Okay. Ja, das ist eigentlich kein großes Problem. So Alureblätter, dann haben wir die halt nicht mehr, aber egal, ja. Gibt bloß ein paar Kräuter, aber ich will halt die Erfahrungspunkte auch haben. Und wir bekommen, ja, wir bekommen Kräuter, ja klar. Okay, du bist fertig, doch ich brauchen wir an sich nicht mehr, weil die Alureblätter sind eigentlich auch ganz cool. Farbbeeren brauchen wir denke ich auch nicht, ja. Gibt auch nochmal zwei Kräuter. Ach, das gibt auch gar keine Erfahrungspunkte, wie mies. Gibt bloß ein paar Zenni, okay. Ideale Vorbereitung, liefert bestimmte Knochenmaterialien, okay, im Trank. Ach so, hä, zehn Punkte? Ach, jetzt verstehe ich. Ja gut, aber wir haben genügend. Okay, jetzt verstehe ich, wie das läuft. Äh, so. Und hier die sechs. Perfekt. Was bekommen wir dafür? Ach so, ein Trank. Ah, das ist natürlich gemein, dass das alles keine, äh, keine Erfahrungspunkte bringt. Blauer Liebesfeind, das sollte doch aber Erfahrungspunkte bringen, oder? Ja. Nö, doch, nice. Blue hat zeitiger Schlag gelernt, yes, okay, sehr schön. Und genau jetzt wären wir auf dem Level, wo wir, denke ich, den Velozytron bekämpfen könnten, weil er hatte ja auch schon zeitiger Schlag, also wir waren definitiv unterlevelt. Sprengsatz explodiert mit reinem Klang, zwingt fein im ungeworfenen Zustand. Das ist auch cool. Okay, sehr schön. Er hat zwar nicht so viel, aber passt. Und die können wir eigentlich auch gleich wieder annehmen. Ja, wieso nicht? Das ist eigentlich kein großes Ding. Die anderen müssen wir jetzt nicht machen, aber, äh, das ist ja keine große Sache. Weil es halt auch, glaube ich, immer wieder Erfahrungspunkte dann bringt. Und immer wieder ein bisschen Zeug, Schallbomben zum Beispiel. Machen wir einfach mal so, ich weiß nicht genau, was es bringt, aber wir versuchen es einfach mal. Gehen nach draußen, und, ähm, ja, wir sollen den, den Azuras erledigen, aber wir haben natürlich noch ein paar, andere Quests. Was ist denn das? Ist es Dan? Eventuell. Ähm, ja, ich habe ja auch das letzte Mal gefragt, wie es denn aussieht mit dem Schneiden und sowas. Und, es war so gemischt, sage ich mal, aber viele Leute wollten auch alles uncut haben. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich, wo ich so darüber nachdenke, eigentlich sollte ich es auch uncut lassen. Ich bin eigentlich dafür bekannt, Sachen uncut zu lassen. Und, ich sage auch mal, dass ich wirklich, mehr oder weniger, richtig groß geworden bin, ja auch, deswegen, weil ich die Monster Hunter Sachen, alle komplett uncut lasse. Und deswegen wäre es eigentlich auch ganz gut, hier Monster Hunter Stories uncut zu lassen. Ähm, ich hätte, wenn dann auch bloß, also, weil Leute Angst gehabt haben, so, dass ich halt, vielleicht alle schneide, weil, manche gesagt haben, dass ich ja die großen Monster drin lassen soll, und sowas, äh, und Belohnungen und so. Also, ich hätte wirklich bloß die Kämpfe von den kleinen Monstern weggeschnitten, wo halt gar nichts passiert. Ähm, aber ich lasse schon alles drin, also, keine Sorge. Aber ich glaube wirklich, dass ich alles komplett uncut lassen werde, auch das ganze Sammeln und sonst irgendwas. Ähm, und werde, ähm, einen kleinen anderen Trick machen, der mir auch noch in den Kommentaren geschrieben wurde, und schauen wir mal, ob der funktioniert. Jetzt gehen wir aber zuerst mal zu dem, ach, das bist du. Was machst du hier draußen? Du bist nicht geeignet für den Kampf. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie die, wie wohl die Welt außerhalb des Dorfes aussieht, Dragon? Reiter dürfen jedoch nicht so weit fortgehen, also wirst du das nicht herausfinden können, schätze ich. Ich will die Welt sehen, dort draußen muss es noch, doch etwas geben, was ich tun kann. Wenn du das über die Welt da draußen wissen willst, dann kannst du alles mich fragen. Ich bin überall herumgereist, und ich habe alles gesehen. Nun, fast alles. Ich hatte noch nie zuvor einen Reiter gesehen. Ich habe immer gedacht, dass man Monster jagen sollte, nicht sich mit ihnen anfreundet. Die Welt da draußen ist voll von Jägern. Ich habe von denen gehört. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt, indem sie Monster jagen. Genau. Ja, sie haben diese riesigen Waffen, und sie sind beeindruckend muskulös. Wow, ich möchte eines Tages einen treffen. Ich bin schon bei dem Gedanken daran aufgeregt. Da müsstest du nach Gildegaran gehen. Gildegaran, aha. Da gibt es Unmengen an Jägern. Dort wimmelt es nur von ihnen. Jeden Tag ist wie ein riesiges Fest. Klingt, als ob man sich da leicht verlaufen kann. Aber lass das Meer. Ich kann überall navigieren. Du auch, oder Kumpel? Du möchtest die Welt außerhalb dieses Dorf sehen, nicht wahr? Aber Dragon ist ein Rider. Das Gebot der Rider. Erinnerst du dich? Du darfst nicht gehen. Ja, komm schon. Ich werde sogar ältester Omna halt die Regel für so überflüssig wie ein alter Katzbaum. Ich werde es, dass er dir erlaubt zu gehen, wenn du ein fantastischer Rider, wenn du ein fantastisch fähiger Rider wirst. Und dann zeige ich dir den Weg. Überlass das dem berühmten Navigator. Naviru. Okay. Na, wir werden sehen, wie das läuft. Ich sammle mal dein Blümchen ein. Äh, schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Ich bin auch sehr gespannt. Aber vorerst dürfen wir mal die Hügel nicht verlassen, beziehungsweise das Dorf. So, ich sammle hier mal ein bisschen Zeug ein. Und da nochmal die Schmetterlinge. Eine Silbergrille. Brauchten wir die nicht? Ne, halt, Silbergrille war für was anderes. Das war, das war für eine Gen-Quest. Ich erinnere mich. So, ich will mal was probieren. Ich greife mal den Abtonoff an. Das ist jetzt einfach mal so ein, so ein kleiner Versuch. Und jetzt wurde mir geschrieben, ja genau, wenn man X drückt, dann, ähm, er macht ja Kraft, das heißt Geschwindigkeit. Wenn man X drückt, dann wird alles doppelt so schnell. Wow, okay. Na gut, das hat man jetzt nicht unbedingt gesehen, weil einfach, ha, ha, Blue hat ihn einfach gewonnen. Wow. Oh, aber Blue bekommt keinen Erfahrungspunkt mehr dadurch. Okay, das ist interessant. Das hätte ich nicht gedacht, dass, ähm, ja, dass man irgendwann keine Erfahrungspunkte mehr von Monstern bekommt. Okay, dadurch, deswegen haben wir auch keine Erfahrungspunkte von den niedrigen Quests bekommen, von den Sammelquests, weil wir einfach schon zu, zu überlevelt sind. Selbst Abto ist glaube ich schon zu überlevelt für die. Hm, blöd. Aber es ist wenigstens schön, dass die ganze Gruppe Erfahrungspunkte bekommt. Aber ja, dann bringt es irgendwann wirklich gar nichts mehr, äh, niedrige Monster zu erledigen. Aber ja, das ist so ein kleiner Trick, der mir geschrieben wurde. Dann nochmal, wie gesagt, großes Dankeschön. Äh, die Schatztor ist noch offen, schade. Ähm, dass man tatsächlich mit X vorspulen kann. Und scheinbar ja auch auf Stufe 3 und sowas. Und dadurch können wir dann die ganzen Sachen sehr viel schneller machen. So, was hast du für mich? Ein Kelbihorn. Nice. Können wir vielleicht später kombinieren. Gibt ja normalerweise was relativ, was relativ Starkes. Das war auch ein Kelby. Ich dachte gerade, das wäre eine Pflanze oder so. Okay. Das sind wieder ein paar Pilze. Nehmen wir mit. Einmaliger Pilz. Können wir wahrscheinlich bloß verkaufen. Gehe ich mal davon aus. Ähm, hm, ja, was sind eigentlich unsere Quests? Was haben wir denn hier so? Nehmen wir mal Quests. Äh, vorbei einfach zu großer Sushi-Fisch. Also, ein bisschen Fischen, Eisenerz, Bitterkäfer, fünf Hermitauern, gut, Velocipraise und, oh, Konju auch noch. Und nochmal den Velocidrom, theoretisch. Ah, und die fertigen Quests werden auch angezeigt. Okay. Status. Schwer einfach. Ach, dann springt es einfach bloß dorthin oder wie? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht ganz. Status. Na gut. Das heißt, ein paar Viecher töten, Eisenerz und auf jeden Fall, ja, Bitterkäfer ja in sich auch. Also, ich will auf jeden Fall alle Nebenquests abschließen. Das heißt natürlich, dass wir hier auch ein bisschen sammeln gehen müssen. Ähm, ich nehme dann bloß ein paar nochmal an. Gerade so wie dem Velocidrom, dem wir definitiv irgendwann nochmal begegnen werden. Das ist eigentlich schon klar. Aber so ein paar andere Quests, die wirklich überhaupt nichts bringen, die sind, glaube ich, nicht so interessant, dann später. Äh, ich will mich aber eigentlich auch noch nicht mit dem Kutku prügeln. Kutku ist da auch deutlich stärker als, ist der noch da? Der Kutku ist weg. Oh, schade. Ist das echt random, wie die Monster da? Oh Gott, doch, da ist er. Der wurde erst bloß sehr spät angezeigt. Aber er schläft immer noch. Ich dachte schon, der Kutku wäre weg gewesen. Meine Güte. Wäre ich beinah in den Kutku reingerannt. So. Ah, Quid pro quo. Sehr schön. Ich habe die nächste Quest, aber ich will auf jeden Fall noch ein bisschen weiter farmen, bevor wir uns dann um die... Oh, da ist ein Monsterbau. Gehen wir gleich in den nächsten Monsterbau. Wäre natürlich auch interessant. Yes. So. Machen wir nochmal ein Velocity-Pray-Platt. Das sollten wir definitiv auch hinbekommen. Chance mehr Belohnung. Ja, wunderbar. So, dreifach, zweifach, dreifach. Okay, bis dreifach geht's. Äh, du hast eine Konfrontation mit mir. Ich gehe dann mal auf Technik. Zack. Zack. Das ist schön, dass man es nicht halten muss. Okay, ja. Zack. Und das. Die Sachen sind nicht beschleunigt, aber so die normalen Kampfsachen, äh, die gehen beide auf dich, wie gemein. Ja, gut, Geschwindigkeit. Ich gehe weiterhin auf Technik. Bringt ja ansonsten nichts. Zack. Ich kann ihn immer noch nicht töten. Ich brauche dringend ein bisschen was Stärkeres. Aber so funktioniert das dann schon, finde ich, ganz gut. Technik. Und Zack. Sehr schön. Na, also. Was bekommen wir? Ah, guck mal, dadurch bekommt Abto noch was ganz gut. Und wir auch. Velocity-Pray-Schuppe, Rundenbonus und Naviro-Bonus ist halt so krass. Weil dadurch bekommt man, glaube ich, schon ein S. Ja. Das heißt, eigentlich schon allein durch den Naviro-Bonus, ohne irgendwas anderes zu machen, bekommst du schon einen S-Rang. Und das ist halt richtig gut. Ich glaube, den haben wir sogar damals bekommen, als wir, deswegen hatten wir auch 1000 Punkte, äh, beim Velocity-Rom. Das ist dann halt auch eine richtig gute Sache. So. Ja, ja, 5 verbleiben ist gut. Ist nicht so wichtig. So, dann gehen wir doch mal hier ein bisschen weiter raus.